In diesem Video erfährst du, wieso dir Liebscher und Bracht nichts geholfen hat und was dir tatsächlich bei Schmerzen helfen kann. Die Grundidee dieser Methode lautet, dass Faszien und Muskelverkürzungen zu einem Ungleichgewicht, zu Disbalancen und Fehlbelastungen führen und diese Fehlbelastungen dann in einem Schmerz resultieren. Der einfache Trick, regelmäßig dehnen und stretchen und schon wird der Schmerz wieder vergehen. Aber warte mal, du guckst ja dieses Video wahrscheinlich, weil es bei dir eben nicht geholfen hat und ich kann dich beruhigen, so wie dir geht es hunderttausenden anderen Menschen auch. Denn die grundsätzliche Fehlannahme dieser Methode basiert auf dem Trugschluss, den menschlichen Körper und den Mensch an sich wie eine Maschine zu betrachten. Greift also irgendein Zahnrad nicht ins nächste oder eine Spannung ist falsch eingestellt von Muskeln, von Faszien, dann kollabiert irgendwann das menschliche Körpersystem und es soll zu Schmerzen kommen. Tja und das ist ganz ehrlich gesagt eine richtig schöne Idee, die zudem plausibel klingt und irgendwie auch für jeden nachvollziehbar ist. Um Schmerzentstehung wirklich auf moderne Art und Weise verstehen zu können, werfen wir einen ganz ganz kurzen Blick auf das sogenannte Bio-Psychosoziale Schmerzmodell. Biologische Faktoren können wie in dem Beispiel von Liebschau und Bracht hier zum Beispiel die Faszien oder Muskeln sein. Es können aber auch zum Beispiel andere organische Ursachen eine Rolle spielen. Psycho bedeutet an dieser Stelle ganz und gar nicht, dass du irgendwie einen an der Murmel haben musst, um so lange Schmerzen schon ertragen zu müssen, sondern bedeutet vielmehr, dass jedem Menschen, jedem Individuum ein ganz eigenes Verhalten, eine eigene Einstellung und eigene Emotionen innewohnen, die allesamt einen großen, großen, großen Einfluss auf unsere Schmerzentstehung und unser Schmerzerleben haben können. Tja und mit Sozial, da sind so Dinge wie deine Familienzugehörigkeit gemeint, dein Arbeitsverhältnis, deine Freunde oder ganz allgemein gesagt deine Lebensverhältnisse. Tja und man könnte über diese drei Bereiche natürlich ganze Bücher füllen, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht tun. Mir ist wichtig, dass du verstehst, dass wir drei große Kreise haben, Muskeln und Faszien, also Daseinsberechtigung haben in der Schmerzentstehung, diese aber einen ganz ganz kleinen Teil innerhalb eines großen Kreises darstellt und für dich sollte an dieser Stelle schon mal die Quintessenz sein, du bist keine Maschine, du bist ein menschliches Individuum. Tja und jetzt, schön, dass du bis hierhin durchgehalten hast, erzähle ich dir mal was so richtig Spannendes und wenn du da gut aufpasst, dann weißt du mehr über das Thema Schmerz als viele vermeintliche Experten. Du kannst dir eine Sache schon mal merken und die ist sehr, sehr wichtig. Je länger ein Schmerz besteht, also über Monate, über Jahre vielleicht sogar, desto unwichtiger wird die dazugehörige körperliche Struktur, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe immer wieder an der gleichen Stelle Schmerzen und je wichtiger wird die Funktion deines zentralen Nervensystems. Tja und dein zentrales Nervensystem, das ist sozusagen dein Gefahrenmeldesystem, er scannt also permanent deinen Körper nach potenziellen Gefahren, mit der dein Gehirn, dein ZNS, dann möglicherweise auch mit Schmerzen reagiert. Und dafür erzähle ich dir gerne mal ein, zwei richtig schöne Veranschaulichungen, damit du das Ganze auch noch besser verstehen kannst, was aktuell in deinem Körper abgeht. Stell dir mal vor, in deinem Haus, da wäre eingebrochen worden und jetzt kommst du auf die grandiose Idee, eine Alarmanlage zu installieren. Völlig plausibel, würde ich vermutlich auch machen, aber du kaufst jetzt nicht irgendeine, du kaufst die beste. Und diese Alarmanlage, die stellst du entgegen der Empfehlung des Technikers auf komplett scharf eingestellt ein. Das Maximum holst du raus, weil du hast ja gar keinen Bock mehr, dass das nochmal passiert. Ja und es kommt, wie es kommen soll, der nächste Herbst bricht an, die nächste Jahreszeit, Blätter fliegen gegen die Wand. Wow, plötzlich, ding, 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 die Alarmanlage geht los, warnt dich vermeintlich vor einem Einbrecher, aber es sind nur die Blätter. Drei Tage später, ein Eichhörnchen klettert die Wand hoch, wieder ding, 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 die Alarmanlage geht hoch, möchte dich vermeintlich warnen, aber es ist nur ein harmloses Eichhörnchen. Und ähnlich wie mit dieser Alarmanlage geht es auch in deinem Körper mit dem zentralen Nervensystem zu, ohne dass du selbst dafür was kannst. Das zentrale Nervensystem als Pendant zu dieser Alarmanlage schlägt also ständig Alarm und möchte dich vor etwas warnen, was möglicherweise real so gar nicht mehr existiert. Aber an dieser Stelle ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, und das möchte ich auch betonen, dein Schmerz, so wie du ihn hast, der ist real, den bildest du dir nicht ein. Der ist eins zu eins der gleiche oder vielleicht sogar noch intensivere Schmerz, als wenn man wirklich eine akute Verletzung hätte. Tja, und an der Stelle stellst du dir vielleicht auch schon die richtige Frage mit möglicherweise auch der richtigen Antwort, wie bekomme ich denn jetzt die Alarmanlage wieder ausgeschaltet? Ja, und wenn man das, sag ich mal, auf die Metapher mit dem Haus produziert, dann würde man einfach den Stecker zum Beispiel ziehen oder den Regler wieder runterdrücken. Ziemlich einfach. Das Problem in Anführungszeichen ist, dass das bei vielen Menschen im Kontext mit Schmerz nicht so ganz einfach ist, wie du sicherlich auch schon bei dir selbst festgestellt hast. In meinem ganzheitlichen Konzept zum Thema Schmerz gehen wir Schritt für Schritt genau diese Themen an, die es braucht, individuell für dich, um dein zentrales Nervensystem wieder zu entschärfen und deinen Schmerz langfristig zu lösen. Dafür brauchst du zum einen einen seriösen, auf dich individuell abgestimmten Trainingsplan, der deine Bedürfnisse und Voraussetzungen berücksichtigt. Hast du dich schon mal näher mit der Atempraxis, mit Atemtechniken auseinandergesetzt? Falls nicht, dann ist das ein sehr, sehr lohnenswerter Weg, denn man weiß, dass man mit gezielten Atemtechniken das zentrale Nervensystem und damit auch den Schmerz mal so richtig runterholen kann. Und deswegen ist die Atempraxis auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Coaching-Plans. Außerdem spielt die Ernährung natürlich als wichtige Basis eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei jedem Schmerz. Denn man weiß unter anderem als kleines Beispiel, dass Zucker zum Beispiel sogenannte Neurowachstumsfaktoren hemmt. Und diese Neurowachstumsfaktoren, die haben eine ganz, ganz wichtige Funktion für die Regeneration und Heilung von Nervengeweben. Und sobald wir über Bandscheibenprobleme reden und auch Schmerz im allgemeinen Kontext spielen Nerven eine wesentliche Rolle. Tja, und wer auf Dauer zu wenig oder zu schlecht schläft, also Einschlafprobleme hat, Durchschlafprobleme hat, du kennst das vermutlich, denn Schätzungen zufolge sind fast 80% aller Beschäftigten mit Schlafproblemen, ja, beschäftigt, dann kann dieser fehlende oder schlechte Schlaf dazu führen, dass du bereits mit einem direkt aufgekratzten Nervensystem in den Tag startest. Und erinnere dich nochmal, wir wollen ja den Schmerz loswerden, der schon lange besteht, und die Alarmlage, das Nervensystem runterfahren. Wie soll das denn funktionieren, wenn der Schlaf nicht richtig klappt? Deswegen auch das Thema Schlafhygiene ganz, ganz wichtig. Oh je, das Thema Stress, tja, das kann man nicht außen vor lassen. Wer hat heutzutage überhaupt keinen Stress im Alltag? Vermutlich kaum einer. Gewisse Stresshuren lassen sich auch nur bedingt herunterfahren. Was wir aber machen können, und da haben sich verschiedene Techniken, verschiedene Praktiken bewährt, ist die Stressresilienz, also die Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Dir also ein echtes Schutzschild zu verpassen, mit dem du widerstandsfähiger gegen deinen Stress im Alltag wirst. Tja, und all das sind verschiedene Ideen und Grundsätze, wie du dein Leben, dein schmerzfreies Leben wieder selber in die Hand nehmen kannst. Zum einen der gescheite Trainingsplan, Bewegung, die Beweglichkeit zu verbessern, Stabilität und Kräftigung zu erreichen, aber auch die Ernährung als wichtige Basis für mehr Energie, für mehr Positivität, für mehr Stressresilienz. Wir wollen uns um deinen Schlaf kümmern und um Atemtechniken. Du erfährst ganz, ganz viel zu dem Thema Schmerz. Und das Allerwichtigste, das alles ist komplett, 100% individuell. Ich passe mich deinen Bedürfnissen an. Wir nehmen dein Leben unter die Lupe, schauen, wo wir Schritt für Schritt Dinge optimieren können und gehen am Anfang erstmal in die völlig individuelle Analyse, damit du nicht einer von vielen bist, sondern wir uns wirklich um deine Situation kümmern. Falls das für dich interessant klingt und du endlich aus diesem Schmerzkarussell herausbrechen möchtest, dann melde dich gerne für weitere Informationen bei mir.